Du Bierbrauer. Ach, das heißt es wird Bier gebraut. Okay, die eine Fuhre lasse ich Ihnen noch machen mit der Nahrung. Wir haben zwar schon jetzt genug Leder hier. Was wir langsam mal wieder gebrauchen könnten, wären Schwuhe. Also ja, unheimliche Geister aus der Unterwelt. Klingt doch schon mal sehr, sehr toll. Okay, du bist müde und hungrig. Also gehst du ohne Wagen nach Hause. Und das Bier fängt an zu fließen. Kein Ende für die Fische in Sicht. So. So. Du wärst wieder Bauarbeiter. Wobei ich dich eigentlich fast wieder zum Träger machen könnte. Eigentlich euch beide. Also. Ari geht in die Schule. Wird der Träger. Dann arbeitet ihr beide halt im Hauptlager. Und holt Nahrung und so. Oh. Du warst ganz schön fleißig wie ich sehe. Du kannst trainiert werden. Du kannst auch trainiert werden. Und unsere Straße hier runter ist fertig schon mal. Träger. Der letzte auch Träger. Oder auch nicht. Du kannst auch trainiert werden. Du holst die Holzwerkzeug. Du hast den Bierbrauer gefunden. Du kannst jetzt auch Träger werden. Du könntest eigentlich gleich einfach Bier aus der Bauerei holen. Oder ich könnte dich hier hinsetzen. Da holst du Bier und Brot. Nee. Und Bier. Das ist klüger. Stimmt. Für was soll ich die Bauarbeiter lassen, wenn ich gar nichts bauen muss? Können sie sich als Träger betätigen? Ich würde aber sagen, ja gut. Trag doch den Stein. Dann solltest du mal wieder Geschirr machen. Neun Stück. Oh, und du solltest mal aufhören, Schuhe zu machen. Und wieder jagen gehen. Jetzt haben wir mehr als genug Schuhe. So, Holz haben wir auch mehr als genug gerade. So, kommt Bier. Ja, Bier kommt. Gut. Du holst Leder. War eigentlich auch nicht gerade das, was ich erreichen wollte. Na, versuchen wir es mal hier unten. Mal sehen, ob wir so mehr Glück haben. Ja, jetzt holt er Bier. Sehr gut. Wir brauchen 20 Bier, um bei den Rotmessern einmal was anhören zu können. Na, die Rotmesser haben echt Überbevölkerung, während die Gelbmesser gar nichts haben. Ja, die Gelbmesser, äh, die Blaubeeren fischen hier auch aus dem. Wie nennt man das? Ne Fjord ist das ja nicht. Ne wirklich ne Fjord. Meerenge ist es eigentlich auch nicht, weil es endet hier. Für ne Bucht ist es eigentlich auch zu lang, aber ich würde mal sagen, es ist ne Bucht. Ey, wir kriegen Bier rein. So, du hast die Möbel hergestellt. Dann darfst du als nächstes wieder Holzwerkzeuge herstellen. Ein Bier fehlt noch. Oder aber so wie es aussieht, kommt vom Bier, brauche ich selber ausgeliefert. Gut, das heißt, wir können jetzt bei den Gelbmessern... Ich gebe euch nur unsere besten Pferdensuche mit auf den Weg. Bedienen wird es für euch ein leichtes sein, die Spuren zu finden, um euch endlich eurem Schicksal zu stellen. Ich finde die Fußspuren in den südlichen Wäldern. 20 Bögen. Äh. So, wo habe ich die jetzt? Ah, bei meinem Haupthaus. Wir sagen, hey, ja. So, du hast die benötigte Warenmenge hergestellt. Nee, mach mal weiter, du kannst trainiert werden. Du hast auch die benötigte Warenmenge hergestellt. Und du wirst erfahren und kannst trainiert werden. Hey, ja. Ich frage mich gerade, die haben auch nur eine Sichtweite von 12? Ja, so wie mein Schwertkämpfer. Ich muss aber gucken, er hier ist ziemlich hungrig. Sie scheinen aber wenigstens recht schnell zu sein. Also, ja, hier in den südlichen Wäldern. Du wirst erfahren und kannst trainiert werden. So, dann können wir uns weiter umgucken. Also, ja, hier in den südlichen Wäldern. Cool. 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 Bis jetzt haben wir keinerlei Spuren. Nur jede Menge Pilze. Das hier sieht viel versprechender aus. Oh, Mission erfüllt. Stellten wir eine kleine Gruppe zusammen, die versuchen wollte, den Sohn des Häuptlings zu befreien. Der andere Teil sollte beim Schiff bleiben und den Einheimischen helfen, ihre Dörfer wieder aufzubauen. Am Morgen unserer Abreise trat der Häuptling zu mir und dankte mir aufs Herzlichste. Sollten wir je seine Hilfe brauchen, so könnten wir auf ihn zählen. Frisch gestärkt und guten Mutes traten wir unseren weiten Weg an, der uns zu ungeahnten Abenteuern führen würde. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich hätte schwören können, es wären hier noch Feinde auf der Map, aber gut, es sind keine mehr. Nur ein Totem. Okay, das heißt, wir können zurück zum Halbbelü.